Um letztendlich den Kunden besser erstmal zu verstehen, um mir dann letztendlich darauf folgend natürlich auch was zu verkaufen, ganz klar. Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video schauen wir uns an Bausteine für die Kundengewinnung, respektive Neukundengewinnung. Und heute schauen wir uns mal den Baustein an. Einer der wichtigsten Bausteine oder vielleicht der wichtigste Baustein überhaupt ist Empathie. Also die Fähigkeit, empathisch gegenüber deinem potenziellen Kunden oder Neukunden oder auch Bestandskunden, wenn du ihm nochmal was verkaufen möchtest, zu wirken. Das heißt, Empathie ist letztendlich Verständnis aufzubauen für die aktuelle Situation, Schmerzen, Wünsche, egal, Beschwerden, egal was es gerade ist, gegenüber deinem Kunden. Und also letztendlich genau das Gegenteil von proaktiver Verkaufstechnik oder sagen wir mal Präsentation und so weiter. Das heißt, wir sind eher in einem defensiven, vermeintlich defensiven Modus, um letztendlich den Kunden besser erstmal zu verstehen, um mir dann letztendlich darauf folgend natürlich auch was zu verkaufen, ganz klar. Und der Baustein Empathie, da gibt es auch englische Synonyme dafür, ist zum Beispiel Build Rapport, Common Ground. Ich habe mal gegoogelt, die direkte Übersetzung von Common Ground ist gemeinsamer Grund, also total wertlos, Google Übersetzung in dem Sinne. Im übertragenen Sinne, Common Ground ist letztendlich Gemeinsamkeiten. Du bist dabei, in der Phase bist du dabei, Gemeinsamkeiten mit deinem Kunden zu finden, denn man kauft immer grundsätzlich, und das ist ein psychologisches Gesetz, immer grundsätzlich von jemandem, mit dem man sich identifizieren kann, mit dem man Gemeinsamkeiten hat. Also, kurzes Beispiel, ich bin kompletter Atomkraftgegner, werde ich von jemandem irgendwas, Regenschirme, Computer, Lösungen, egal was, kaufen wollen, von einer Person, wo ich weiß, der ist zu 100% für die Atomkraft. Extremst unwahrscheinlich. Also, die Wahrscheinlichkeit geht gegen 0, ja, also nur mal als Beispiel. Dann hier weitere Beispiele, wie du eben diesen Common Ground, diesen Rapport, ja, zu deinem Gesprächspartner aufbaust. Da gibt es in der Regel zwei verschiedene Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, du selbst warst bereits in der exakt gleichen oder in einer vergleichbaren Situation oder Position mit vergleichbaren Schmerzen, mit vergleichbaren Wünschen, ja, wie dein Gesprächspartner und hoffentlich bald Neukunde oder Kunde oder Wiederkunde. Sorry. Die zweite Möglichkeit ist, und das ist häufig so, wenn du zum Beispiel Coach oder Trainer bist oder sowas, da funktioniert das sehr, sehr gut. Wenn du zum Beispiel, ja, ein sehr gutes Beispiel, sehr aktuell auch, sind zum Beispiel diese Money Coaches, die Leuten eben beibringen, wie sie mit ihrem Geld besser umgehen. Und logischerweise sind diese Leute meistens, haben die Geldprobleme, sonst wären sie ja nicht in diesem Gespräch oder sind sogar pleite. Und dann erzählt eben der Money Coach von seiner Story, als er damals eben auch pleite war. Also fast jeder Coach oder Trainer bedient sich dieser Methode, um Rapport, um Common Ground eben, ja, sozusagen herzustellen. Und die zweite Möglichkeit, was für Dienstleister eher besser ist, also IT-Dienstleister usw., also häufig auch meine Kunden, wo du natürlich nicht sagen kannst, naja, ich habe das gleiche Problem wie du gehabt, geht irgendwie schlecht, wenn du jetzt sagen mal IT-Infrastruktur verkaufst an Maschinenbauer, du bist ja kein Maschinenbauer, von daher kannst du das exakte Problem schlecht gehabt haben, dann nimmst du einfach Kundenreferenzen, also au lieu de, anstelle von du selbst, nimmst du einfach die Kunden und dort nimmst du zum Beispiel Use Cases, die relevant sind, ganz, ganz wichtig, relevante Use Cases. Testimonials, zum Beispiel in Videoformen, funktioniert auch sehr gut oder in Form, noch besser, in Form von Webinaren, ja, dass du zum Beispiel Webinare machst, wo dein Kunde die Lösung vorstellt, die du bei ihm implementiert hast und dann einfach dieses Webinar als Testimonial, sozusagen, als Testimonial, ja, als Testimonial sozusagen versendest, ja. Und die Krönung von Common Ground Rapport Building sind Referenz Calls, also, dass du einen individuellen Call mit einem deiner Bestandskunden oder ehemaligen Kunden vereinbarst und um deinen Neukunden sozusagen, um dort Common Ground, ja, Vertrauen letztendlich zu gewinnen, ja. Also, das war dieser eine Baustein und dann gibt es natürlich noch andere Bausteine, die letztendlich auch in Richtung Vertrauen alles geht, ja. In dieser Phase der Neukundengewinnung ist es halt letztendlich, geht es ums Vertrauen aufbauen, ja. Dich als Experte positionieren, egal was es ist, den Kunden, dem seine Schwachstellen, dem seine Schmerzen, dem seine Probleme richtig zu verstehen, erst mal, also erst mal zuzuhören. Egal was es ist, ja, egal welche Methode du anwendest, in der Phase, es geht letztendlich immer um eine einzige Sache und diese eine Sache ist Vertrauen aufbauen, ja. Ohne Vertrauen geht gar nichts. Okay, das soll es gewesen werden für dieses Video. Wir sind dann zum nächsten Video. Bis gleich. Happy Hunting! Tschüss!